Wir gehen über zum Block 5. Ja, jetzt seid ihr dran. So, wir haben die alten Recken hier, wir haben über viele Dinge gequatscht. Wir haben nicht viel über die 70er, 80er gequatscht, aber ihr könnt natürlich zum Thema oder wesentlich zu dem, was besprochen ist, auch mal die eine oder andere Frage stellen. Da gibt es auch keinen Maulkorb, einfach frei Lever. Wir sind alle Profis, wir wissen damit umzugehen. Klar, Defamierung etc., das weiß jeder, gehören hier nicht hin. Dann würde mich ja mal interessieren, ob es irgendwelche Fragen gibt an unsere Talk-Gäste, vielleicht auch an mich, wo ihr sagt, okay, das interessiert mich jetzt mal, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, gerne. Wie ihr seht, ich trage keine Kutte, aber ich war Mitglied der Biker-Partei, wo ihr gerade kurz drüber gesprochen habt. Ja. Im Grunde genommen ist das ganze Ding gescheitert. Wir haben viel Arbeit reingestellt, wir haben es gut gemeint, aber wir haben hier falsch gemacht. Wen fragst du jetzt direkt? Einfach viel Runde. Möchte sich jemand dazu äußern? Ich habe was zu sagen. Django ist mein Gast, er hat den Vortritt. Bitte. Also ich denke, ich habe das damals mitgekriegt, als diese Partei ins Leben gerufen werden sollte oder geworden ist. Mein erster Gedanke war, ich halte es nicht für möglich, dass in der MC- und Bikerszene eine Partei, eine politische Partei gegründet werden kann. Das halte ich einfach nicht mehr möglich. Und zwar aus demselben Grund, wie ich es nicht für möglich halte, dass die gesamte Szene mal geeinigt werden kann. Das würde der Szene in sich widersprechen. Für mich war eine Biker-Partei zu gründen von vornherein ein totes Kind. Jetzt nicht negativ gesprochen, ne? Aber das war mein erster Gedanke. Das wird nie funktionieren. Nie. Schon deshalb nicht, weil wenn du irgendwann mal das Ding ins Leben gerufen hast, dann gibt es mehrere Aspekte, die Riesenprobleme machen würden, wie auch bei anderen Parteien, die sich gegründet haben. Da geht es los. Wer steht vorne? Was vertritt er? Wie wird das Ganze finanziert? Alles. Also wer das macht, viel Spaß. Ich halte das für ausgeschlossen, dass es funktioniert. Ja, ich kann das ergänzen, weil ich nämlich seinerzeit im Zuge der Gründung zu euch Kontakt aufgenommen habe. Ich kann jetzt nicht mehr explizit sagen, wer das gewesen ist, aber es war, glaube ich, der damalige oder vielleicht auch letztere Vorstand. Einfach über bikesmusicalmo.com. Interesse entwickelt. Wir berichten über alle Facetten. Klar hat mich das interessiert. Es gab auch einen Dialog auf Facebook und danach gab es gar nichts mehr. Ja, das heißt also, wenn man natürlich in so ein Thema einsteigt und dann die Kommunikationswege schon so scheiße sind, dann frage ich mich natürlich, wie will man dann Politik machen? Denn wenn man Politik macht, bildet man Meinung und man muss über Themen, über Inhalte, über Themen, muss man Menschen gewinnen. Und im Wesentlichen gewinnt man die Biker und da muss man auch wissen, dass die Ressentiments halt immer noch da sind. Die Striebweiter motzen über die Harley-Fahrer und umgekehrt. Ich finde das immer ganz witzig. Aber das ist nun mal da. Auch da gibt es verschiedene Baustellen. Und letztendlich war es für mich in der Außenwahrnehmung ein reines Internet-Ding. Ja, und ich habe euch nicht wahrgenommen. Ich habe die Inhalte nicht wahrgenommen. Ganz einfach, man muss da viel offensiver mit umgehen. Da sind dann wirklich Medienprofis gefragt, weil ist klar, du fängst nur über die Inhalte die Leute. Und ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ihr wirklich auch in die Clubszene reingeht, weil ohne die geht es nicht. Also diese ganzen Dinger im Fratzenbuch, Demofahrt von X nach Y etc. pp. Und wir machen jetzt auf Kosche Kurs, das funktioniert nicht. Ja, man kann nicht im Fratzenbuch einen Aufruf starten und 20.000 Motorradfahrer, nennen wir sie mal, dackeln hinterher. Das geht nur über Themen, über Inhalten. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es lange gedauert hat, ein paar Jahre glaube ich. Okay, ich habe euch nicht wahrgenommen. Ich habe das Thema abgehakt, weil ich laufe euch nicht hinterher. Wenn ich anfrage, ich kriege eine Antwort und verbleibe, schicke mir mal Material und das kommt nicht. Dann sage ich, naja, wenn sie das in fünf von zehn Fällen machen, dann wundert mich eigentlich, nicht, dass es drei Jahre gedauert hat. Das kann ich aus meiner Position, aus eigenen Erfahrungen sagen. Noch jemand eine Frage? Bitte. Ja, ich vielleicht auch kurz zur Biker-Partei. Ich war der Pressesprecher in der NRW. Das fing schon direkt auf der ersten Veranstaltung an. Gab es Differenzen. Jeder wollte dort das große Sagen haben. Alleine da fing es schon an. Bei einer von Ex-Gremien, der hat immer nur von anderen gesprochen. Also war da schon mal irgendwo eine gewisse Diskrepanz gegeben. Und es war dann einfach nur ein Kuddelmuddel. Dann gab es Machtkämpfe. Der eine, wo nur neun oder 14 Leute da waren, aber gab es bei den 14 Leuten schon Machtkämpfen. So war das ähnlich auch in der Partei Pro DM, die sich ja für den Erhalt der D-Mark einsetzte. Da war ich stellvertretend auch... Ich muss nochmal einhaken, Entschuldige. Das ist eine Fragerunde, die konzipiert ist, dass Fragen an die Talkgäste gestellt werden. Wir haben nachher im Open Talk genug Möglichkeiten, uns darüber zu unterhalten. Aber ich finde jetzt eine Stellungnahme zu den Gründen, warum es gescheitert ist. Das Thema ist alte Recken. Hier sitzen alte Recken. Wir haben gewisse Dinge besprochen. Ich würde auch mit einer Frage beginnen. Ja, das wollte ich ja auch im Anschluss an diese Ausführung. Glaubt ihr, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass sich auch gefeinete oder sich nicht unbedingt liebende Clubs, und dass die sich in der Politik zumindest, wie es bei der Ruggäser heißt, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, ob es sowas auch mal in der Weikerszene geben könnte? Eine Antwort. Ich wäre schon froh, wenn sich ein paar große Clubs mal mit ihren entsprechenden Vertretern an einen Tisch zusammensetzen würden. Da wäre ich schon froh. Ja, es gab mal in Deutschland, das werden viele nicht wissen, ein sogenanntes Gipfeltreffen. Das nannte sich Komitee. Das ging eine Weile gut. Drei Jahre, oder? Drei Jahre, ja. War auch sehr interessant. Es hat auch viel gebracht, weil man dadurch, dass man sich kannte, in den Jahren darauf Probleme zwischen Clubs auf einer Ebene lösen konnte, mit ein paar Telefonaten oder einem Treffen auf der Autobahnraststätte. Das war schon gut. Aber es hat einfach letztendlich keine Aussicht auf Langfristigkeit. Deswegen, ich wäre froh, fünf, sechs, sieben große Clubs an einen Tisch und nur mal sondieren, was man gemeinsam unternehmen könnte, das wäre ein Riesending. Deswegen, sehe ich nicht. Da gibt es sicherlich einige Aspekte, die dafür sprechen. Da würde ich aber Bezug drauf nehmen, wo sind die kleinen und mittleren Clubs? Weil die sprichst du dann damit nicht an. Weil dann wieder gesagt wird, die Großen machen ihr Ding. Also eine Kuschelrunde von einem Prozentern. Ein kleinerer Club wird sich da eher nicht angesprochen fühlen. Im Gegenteil, er wird sich eher ausgegrenzt fühlen. Da gebe ich dir recht, aber man darf das Kind nicht mit dem Bart ausschütten. Und wenn diese Runde möglich wäre und man käme zu einem gemeinsamen Standpunkt, dann könnte man überlegen, wie holen wir die anderen ran. Aber wenn du gleich anfängst, kleine, mittlere Clubs an einen Tisch, dann brauchst du eine Halle mit 150 Leuten, dann kommen drei oder vier Hundertschaften, Hubschrauber und Wasserwerfer und das war es dann. So ist das heutzutage. Das kriegst du nicht gewuppt, hundertprozentig nicht. Wir können inzwischen immer mehr eine Party feiern, ohne dass, äh, 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 jetzt ist der Blau-Silber ringsum zur Wagenburg auffährt. Das ist halt so. Deswegen, die Politik der kleinen Schritte, ich nenne es jetzt mal Politik, wäre angesagt, um überhaupt mal starten zu können. Da braucht sich dann auch niemand ausgegrenzt fühlen. Es ist schon klar, wenn du sechs, sieben Club nimmst, dann wird es wahrscheinlich drei geben, die sagen, warum die, warum wir nicht. Da geht es schon los. Das ist die Problematik. Und wenn du da nicht die richtigen Leute zusammenkriegst, dann krepiert das Ding am ersten Tag. Hm. So ist... Ich sehe immer noch keine Hände. Jörg, überrascht mich das nicht. Komm, Leute. Ja, bitte. Da, da hinten. Sollen wir was spielen. Fangen wir mit dir vorne an. Äh, wie darfst du dir das vorstellen, Tjango, dass du, sag jetzt einmal, die zehn größten Clubs in Deutschland an den Tisch hinbringst? Aber mir ist das ja auch eine Vorstellunglose. Also, das heute ihr jetzt persönlich zum Beispiel schon mal ist unmöglich. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Es gibt ja lose Kontakte. So ist das nicht. Also, ich habe auch Kontakte zum Treffensprecher, was nicht alles. Äh, es ist nicht so, dass, äh, bei diesen sechs, sieben, acht Clubs einige Leute sagen können, so, wir machen das jetzt und Ende im Schach. Die müssen auch berücksichtigen, was in ihrem Clubs los ist. Und da liegt eigentlich das Kernproblem, ja, das von den Behörden unterstellte Pyramidensystem ist zwar meistens organisatorisch, aber auch, äh, in den Pyramidensystemen kann die Nummer eins rum der Fahrer, wo nicht unbedingt machen, was er will, weil die, es nützt ihm nichts, wenn die Pyramide hier unter ihm keinen Bock hat. Es ist eigentlich ein bisschen impossible. Aber ich persönlich, ich würde es sehr gut finden, wenn man das mal hinkriegen würde, und wäre es nur für einen Nachmittag, um einfach mal zu sondieren. Ich kann mir vorstellen, dass die politischen und polizeilichen Beobachter durchdrehen würden, wenn das passieren würde. Nächste Frage, bitte, Gianni da. Ja, ich habe eine Frage an Gianni. Ist das eigentlich noch für Aussetzung, um ein Motorrad zu haben, um ein Engel zu werden? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist erst nötig ab Rosberg. Engerraums ist für uns eigentlich nicht weiter interessant. Es gibt Fälle, dass welche Member geworden sind, obwohl sie kein Bike hatten. Das ist aber nicht auf langfristig angelegt. Heutzutage hat sich das geändert. Du kannst heute auf Abzahlung machen und was nicht alles. Dann verkauft einer kurz vor Anfang der Road seinen Ofen und kriegt aber dann nicht gleich geliefert. Aber Fakt ist, wenn einer in dem Prospekt-Status erreicht hat, muss er ein Bike haben. Ganz einfach. Und wenn da anderslautige Meinungen in den Medien verteilt werden, das ist Bullshit. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Wir schmeißen auch keinen raus, der zum Beispiel im Führerschein auf Lebenszeit verloren hat. Das würden wir nicht machen, niemals. Aber Fakt ist, ab Prospekt-Zeiten, Bike ohne Licht. Rieger? Django sprach vorne davon, dass die Helds Angels, oder er war verwundert darüber, dass die Helds Angels einen so großen Interessentenanspruch haben, obwohl die Negativpresse so stark vertreten ist. Darüber sprach uns die Erfahrung. Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob die anderen drei vertretenen Clubs das auch so fielen, dass sie eben ein größeres Zulaufinteresse haben. Und wie man mit genau diesem Mehrzulauf, als wann auch immer vorher, wie man damit umgeht, da die richtigen Leute auszusortieren. Weil die Zeit, die man hat, wird ja weniger, je mehr Leute kommen. Und da die richtigen Leute zu finden. Gute Frage. Gute Frage. Also, es ist so, ich weiß von anderen Clubs, dass sie ähnliche Reaktionen haben. Es kommen sehr viele, sehr viele. Aber du kannst davon ausgehen, 90% kommen über die Anfrage gar nicht raus. Das ist so. Da sind viele Phantasten dabei, viele Spinner. Und man darf auch eins nicht vergessen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was das betrifft. Seit mittlerweile fünf Jahren wird die gesamte Bevölkerung geimpft, über die Medien, über Politik und was nicht alles. Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Gremien und wenn sonst so gibt, Freeway Reuters, verdienen Millionen mit irgendwelchen Geschäften. Das muss man sich nicht wundern, wenn dann Jungs aus dem Ghetto sagen, hey, Macker, das will ich auch. Die glauben das nicht nur, die wollen das auch. Und aus diesem Problemkreis kommen natürlich viele Leute, die einen guten Eindruck machen. Und zunächst mal, du kriegst dann aber relativ schnell mit, die fragen dann schon, welchen Puff kann ich übernehmen, wenn ich das Patch anhab. Das ist tatsächlich, das ist keine Spinnerei, das passiert gar nicht mal selten. Fakt ist, man muss sich Zeit nehmen, genauer hinzugucken. Und wenn natürlich jede Menge Leute kommen, kriegt man auch eine gewisse Routine. Das denke ich, kann jeder hier bestätigen. Wenn du mal 10, 15 Jahre das gemacht hast, dann kann dir ein Hängerrad oder ein Brustbeck nicht unbedingt mehr in X-Form, U-Form machen. Aber es ist eine gute Frage, es ist ein Problem. Weil die kommen mit Vorstellungen an, die kannte ich damals gar nicht. Ich glaube, die Frage war aber an alle vier gerichtet. Was habt ihr da auch wirklich die Erfahrung, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, kommen wir mehr zu da? Also bei uns ist das im Moment nicht, ob da jetzt die Kacke am Dampfen ist oder nicht. Aber wir nehmen in der Regel sowieso, kein Schädter von uns nimmt in der Regel mehr als zwei oder drei Prospekte auf einmal. Da ist die Zeit immer die gleiche, da gibt es keine Zeiten geschenkt. Sonst musst du alles verdienen, wie auch bei allen anderen Vereinen. Weil alles, was geschenkt ist, ist nichts wert. Abel? Na also, ich weiß nicht, ob das an der Zeit liegt, weil es gerade qualmt oder so. Ich sage einfach mal, wir sind ein geiler Club und die Leute haben Interesse, die wir jetzt haben als Junge, sind geil. Der Rest wird sich zeigen, der Einstieg, die Zeit bleibt immer das Gleiche, egal wer es ist. Kriegt auch keiner bei uns was geschenkt, egal ob man ein breites Kreuz hat oder ein dickes Portemonnaie oder so. Das sind alles Werte, die für uns egal sind. Danke. Ja, bei uns ist es ähnlich, also der Zulauf ist da schon da, ich würde sogar sagen, natürlich auch verstärkt seit zwölf. Aber wir lassen uns da auch nicht aus der Ruhe bringen. Also viele kommen, schauen wir uns ein paar Mal an, sind vielleicht pressenaiv durch gewisse Aussagen und Eindrücke und sind oft auch mal wieder schneller weg. Also das ist ein Problem, wenn die Sie von der Leine. So ist es. Weiter noch, bitte? Also wenn wir hier zusammensitzen und darüber sprechen, alte Werte, alte Recken, wie wollen wir das alles aufrechterhalten, wie geht es weiter, wie bildet sich die Szene weiter aus, stelle ich mir auch noch eine explizite Frage, beziehungsweise wenn wir davon sprechen, Presse, Polizei etc. Was ist das Problem oder ist das Problem überhaupt noch diskutabel, was die Migranten betrifft? Weil du hast mal einen Blog geschrieben in deinem Bikes Music Amore über Migranten, fand ich sehr interessant und die Frage ist, wie stellt sich das überhaupt gegenüber? Weil die Werte, die wir leben als Biker, lebt 95% einer Migrantenfraktion nicht. Die haben ganz andere Interessen, die uns ja auch gefährlich wird, weil sie ja auch in der Presse sind, weil sie ja auch in der Öffentlichkeit sind, weil sie ja auch mit Kutte rumrennen. Das annehmen, was wir eigentlich leben, bloß ohne Bike, sprich Türsteherzähne oder Bodybuilderzähne oder wie auch immer. Wie seht ihr das? Das geht ja eher an die Runde. Komplett, natürlich. Ich darf deine Frage so interpretieren, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Du bist der Meinung, dass sie eigentlich nicht passen, weil sie schon gar nicht den Spirit mitbringen, um diese MC-Werte zu nehmen. Es bringt die Erziehung mit, die da eine andere Werte und eine andere Vorstellung von Werten. Während wir sagen, okay, ich bin in einem Club, das ist meine Familie, ich habe sie als meine Familie angenommen, möchte ich behaupten, dass es für 95 Prozent der Migranten, die aus anderen südlichen Gefilden kommen, eben nicht genau das ist, sondern da steht immer noch deren Familie und deren Brüder und deren Gesetze im Hintergrund. Und es ist oftmals ja dazu gekommen, dass eben Probleme dadurch entstanden sind, auch in der Presse. Ich denke, jeder weiß sicherlich jetzt, was du meinst. Da sage ich mal, hat aus der Runde einer was dazu zu sagen? Also meiner Meinung nach ist der Migrantenfluss bei manchen Vereinen ja sehr rückläufig. Ich weiß verstanden, ob das nicht wirklich funktioniert. Mit Einzelnen wirst du nie Probleme haben, denke ich. Und mit den ganzen Vereinen, die es da jetzt gibt, wie sie alle heißen mögen, die nehmen in einer eigenen Welt. Die United Tribunes, die sich mittlerweile in der Bayer News mit 1700 Mann als MC darstellen. Sie sind auch mal da, ich kenne es auch nur aus der Presse, MC Strukturen oder MC Chapter. Ich glaube, sie fahren auch unter MC, soweit ich weiß mittlerweile. Ja, also die, wie gesagt, die ist ein Ernerding-Macher und die MC ist ein Ernerding-Macher. Aber wenn sie mit MC fahren, sie identifizieren sich genauso wie wir damit. Wenn sie das machen, dann sind sie ja ein MC. Aber die Scheiße sind sie dabei auch nicht. Betrifft uns alle. Das ist so richtig. Ob es von der Presse kommt oder von denen oder wie auch immer. Es wird aber auch wieder bloß von der Presse meiner Meinung nach hochgepusht. Zum Teil auch, ja. Aber... Sagen wir vielleicht, die dann zu uns halten. Das, was du ansprichst, ist ein sehr großes Problem. Keine Frage. Ein Problem, dass er auch die MC-Szene und die Biker-Szene nicht lösen kann. Auch keine Frage. Aber es ist ein speziell deutsches Problem. Wenn ich mich zurückerinnere, als in Los Angeles zum Beispiel die Gangs aufkam, Platz, Krips und noch schlimmer die MS-13. Die haben in Rekordzeit, hatten die 2.000, 3.000 Mitglieder Kriminalität bis zum Abwinken Tode jeden Tag. Die haben das gemacht. Aber keiner von denen hat sich MC genannt und sich einen Patch angezogen. Das gibt es nur in Deutschland. Und zwar wirklich nur hier. Hier ist der Ursprung von der ganzen Scheiße. Und ich spreche auch nicht von Clubs, ob die sich nun MC draufschreiben oder nicht. Für mich sind das Street-Gangs. Und Street-Gangs funktionieren nach einem ganz einfachen System. Hierarchie und Kohle. Das sind die einzigen Sachen, die Sie wirklich interessieren. Das sagen Sie auch selber. Was Migranten generell betrifft. Also ich persönlich war in dem Schader, der in Deutschland 1999 den ersten türkischen Prospekt hatte. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass die nicht viel früher gekommen sind. Denn es gibt da schon Ebenen, wo es sehr große Ähnlichkeiten gibt. Also die haben ein Gefühl für Ehre. Die machen sich gerade. Die gehen nach vorne. Die wollen was bewirken. Aber ihr gebt ja auch Recht. Das ist das Kernproblem mit Migranten ist, dass sie ihre familiäre Drucksituation nicht ablegen wollen oder nicht können. Also was bei uns Brüder sind, was mit Blut nichts zu tun hat, bei denen ist jeder Neffe, jeder Onkel viel wert. Die haben ein ganz anderes Familienwertesystem als wir. Und da liegt natürlich ein Feld, wo es sehr, sehr große Probleme geben kann. Auch für die selber. Ich habe also Fälle erlebt, dass wir Prospekts hatten, die von der Familie ausgestoßen wurden, weil sie verdächtigt wurden. Die nehmen jetzt an Essensorgien teil, was sie eigentlich nicht dürfen. Da tauchen also ganz skurrile Sachen auf. Das Migrantenproblem ist ein sehr großes soziales und politisches Problem. Und wir müssen bei denen anders drauf gucken als bei deutschen Anwärtern. Das sage ich ganz offen. Es ist eine andere Welt. Aber es gibt auch sehr viele dabei, die sehr, sehr gute Jungs sind. Und Patentrezept für dieses Problem kann die Biker-Szene nicht lösen.